Let's fire the cook and good for the rest of our lives. Hallo Leute, es gibt hier was zu feiern, Freunde. Die 75.000 sind gelunzt. Abonation, Freunde. Und es gibt einen kleinen Gewinnlunzer. Ansätzlich dieses gesetzlichen Feiertages. Der 75.000 plus. Und es gibt was zu gewinnen. Kommt mal mit, ich habe da so ein paar Pappen ausgedruckt. Oh ja, Freunde. Ich habe hier so ein paar Gewinne ausgedruckt. Grillroste.com, hier so ein Räuchereinsatz. Und ein Rippchenhalter. Spiceworld spendet eine Gewürzbox, eine 6er und eine 3er. Zum selber zusammenstellen. So, dann haben wir nochmal hier vom Grillstar.de. So ein Camp Chef Dutch Oven Set auch zu gewinnen. Und was ihr dafür machen müsst, das sagt euch nämlich der Veggie-Ninja. Johnny, du Schwein. Wenn ihr gewinnen wollt, sag, in welcher Frage bin ich zum ersten Mal aufgetreten. Ja, ganz genau. Wann habe ich ihm das erste Mal die Fresse poliert? Schreibt es hier unter die Kommentare. Ich werde das nach einer Woche mal auslosen. Unter den richtigen Antworten natürlich. Ja, ich werde das jetzt machen. Vielen Dank.